Grüß Gott, ich hab's doch die Oktoberfest-Aktion. Drei Brezeln für drei Euro, die hätt ich gern. Entschuldigung, wie war die Bestellung nochmal bitte? Ihr habt doch die Oktoberfest-Aktion. Drei Brezeln für drei Euro, die hätt ich gerne. Ah, jetzt hab ich verstanden. Sehr gerne. Vom 8. bis zum 29.10. ist bei uns wieder Oktoberfest-Zeit. Das heißt für euch drei Brezeln für nur drei Euro. Wir freuen uns auf euch.